Und dieser leichte Schottel lässt sich echt ziemlich gut fahren mit diesem Wagen, ja. Muss man einfach sagen. So. Und weiter geht's auf der Rennpiste hier. Alter, hier geht's schon wieder ab, ey. Ah ne, da ist schon wieder ein bisschen weniger Speed. 100, mittig halten, über Kuppe, gleich Sprung. 150 durch Senke, mittig halten, über Kuppe, 80. Links 5, halb lang, über Welle. 40, Vorsicht, rechts 5, über Kuppe, Sprung, verläuft durch Senke, kleine Kuppe, 40, über Kreuzung, links, 3 lang. 100, Kuppe, Sprung, rechts 6, über Kuppe, Sprung, macht zu bis 5, lang, 40. Links, halb, über Kuppe, Sprung. Alles klar. Achtung, mittig halten, über großen Sprung, links 600, rechts 6, über Kuppe, 80. Durch Senke, Achtung, Kuppe, gleich Sprung. Links 6, 60, 90 Grad rechts, nicht schneiden. Rechts 5, lang, über Kreuzung, macht zu bis 4. Oh, das war gar nicht so gut. Naja, egal. Links 5, lang, über Welle, macht zu, 120. Trotzdem ganz okay. Vorsicht, Gratis, nicht übersprungen, 60. Links 5, über Kuppe, vielleicht Sprung, nicht schneiden. Achtung, rechts 5, macht zu bis 4, über Kuppe, nicht schneiden. 40, Kuppe, links 6. Achtung, mittig halten, über großen Sprung. Großer Sprung, oh ja, da. Mittig halten, alles klar. Rechts 5, lang, über 2, kleine Kuppe, 100. Oh. Ja. Das hat mir jetzt, das hat mir jetzt meinen ersten Platz gekostet. Achtung, links 4, über Kuppe, vielleicht Sprung, oder Rundfunk. Ihr seht halt auch schon, ne? Das Spiel bestraft knallhart. Das kennt keine Gnade. Rechts 5, lang, über Kuppe, vielleicht Sprung. Kein bisschen. Foll runter. Rechts 6. Links 6, über Kuppe, 40. Vielleicht Sprung, über Kuppe, 130. Keine Gnade. Links 4, lang, über Kuppe, 250. Gradlinig durchsenke. Rechts 3, halb lang, über Kuppe, macht auch Kuppe. Gut. Rechts 6. Achtung, links 4, über Kuppe, vielleicht Sprung, nicht schneiden. Gradlinig. Achtung, links 4, über Kuppe, Sprung. 40, links 3, lang, über Wäld. 60. Rechts 5, lang, über Kuppe, links 5, halb lang. Okay. 60. Rechts 3, halb lang, macht auch, über Kuppe, 80, über Kreuzung. Links 6. Rechts 6, durchsenke. Vorsicht, links 2. Okay, Vorsicht. Rechts 5, über Kuppe, 100. Warum, Vorsicht, ah, wegen dem Stein da wahrscheinlich. 100. Vorsicht, Kuppe, Sprung, in rechts 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe. Links 4, lang. Kuppe. Okay, 4. Kleine Kuppe, 80. Haben wir. Boah, jetzt, jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt können wir wieder Gas geben, alle. Rechts 5, über 100. Mittig halten, über Kuppe, 200. Boah, diese Strecke ist saumäßig geil. Ist meine Lieblingsstrecke. Aktuell. Rechts 5, über Kuppe, Sprung, 40. Links 4, über lange Kuppe. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich hab dieses Spiel halt auch ewig nett gespielt, diese Strecke. Was gab's denn, was gab's denn, als ich das Spiel gespielt hab? Es gab, glaub ich, 4 Strecken. Ja. Also. Okay. So. Machen wir uns mal bereit für die nächste Etappe. Wer ist der da dagegen? Ist das ja gar nichts hier. Das ist jetzt wirklich eine Rennpiste, die hier. Boah, alter Superheftig Kapitän spielt Unreal Tournament 4. Warte mal. Äh, muss ich grad mal ganz kurz was gucken. Äh, das ist aber ein Steam-fremdes Spiel, oder? Ach, Superheftig Kapitän hat schon wieder aufgehört. Tja, funktioniert vielleicht nicht. Buttonlappen. So, egal. Fahrzeug reparieren auf jeden Fall. Okay. Kühler ist sehr wichtig. Alles klar. Legen wir los. Dampft aber immer noch ganz schön, obwohl der Kühler repariert wurde. Rechts 4, über Kuppe und Kuppe. Links 4, macht auch 40. Rechts 4, halblank, über Kreuzung, 150. Alter, ist das hübsch. Ist ja der Shit, ey. Links 3, über Kuppe, 60. 3. Rechts 4, macht über Kuppe, 40. Okay. Links 4, lang, über Kuppe, nicht steigen, 80. Rechts 4, über Kuppe und mittig halten, über Kuppe. Ich hab gedacht, das wär voll die Rennpiste, ey. Rechts 4, lang, und rechts 4. Aber alles nur mit 4 hier. Ah, da ist ne 5er Kurve, okay. Rechts 6, 60. Ah, jetzt geht's los. Links 5, über Bälle, macht zu bis 4, über Kuppe. Ah, ne, doch nicht. Kuppe, 100 Bälle. So, macht zu bis 4 hier, ne? Links 5, Kuppe, 60. Rechts 3, halblank, innen halb. Rechts 6, über Kuppe, 60, über Kreuzung. Rechts 6, über Kuppe, vielleicht Sprung. 80, Kuppe, Sprung, 60, über Kreuzung, mittig halten, über Kuppe, Sprung. 60, über Kreuzung, mittig halten, über Kuppe, Sprung. 40, vorsicht, links 5, über Kuppe. Macht zu bis 4 in rechts, 6, über Kuppe. Warum war denn grad die Stimme anders ganz kurz? War das ein Fehler? Rechts 4, halblank, 100. Ich würde mal sagen, ja. Vielleicht war dieser Befehl nicht in dieser Stimme verfügbar. Deswegen hat er es in der anderen gesagt. Links 3, nicht schneiden, macht auf, über Kreuzung, 180, über Kreuzung. Vielleicht ist da noch nicht, ist da ein Soundpfeil noch nicht ganz komplett. Achtung, mittig halten, über Kuppe, Sprung. Kleine Kuppe, Sprung, rechts 14, über Kuppe, Sprung. Nicht schneiden, 40, Kuppe. Rechts 6, macht zu bis 4, halblank. 80, über Kreuzung, mittig halten, über Kuppe, Sprung, 40. Rechts 5, macht zu bis 4, links schneiden. Ah, fuck. Kuppe, Welle, und links 4, halblank, über Kuppe, macht auf. Oh nein, mein Reifen ist geplatzt. Ein Reifen ist fucking geplatzt. Ah, wow. Wow, Strafe 1,30. Ach so, weil ich meinen Reifen repariert habe, oder was? Wow. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, fickt euch doch. Plus 2, minuten 14, ja, okay. Links 3, nicht schneiden, über Kreuzung, macht auf, über Kuppe. Okay. Das wird richtig scheiße. Kuppe, Sprung, und Kratz, nicht über Kreuzung, vielleicht Sprung. Links halten, über Kuppe, Sprung, 80. Aber das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch meinen Reifen gar nicht reparieren. Ich wollte mich doch eigentlich nur auf die Strecke zurücksetzen. 60 Kuppen, rechts 4, macht auf, über 2 kleine Kuppen, macht auf und verläuft bis 150 über Welle. Kuppe, vielleicht Sprung, und Kuppe, 90 Welle. Weil sonst hätte ich nächstes Match auch mit einem geplatzten Reifen fahren müssen, oder? Ist das so? Ne, ich glaube, das wird schon repariert. Okay. Links 4, macht auf, über Kuppe, 60, kleine Kuppe. Plus zweieinhalb, Alter, ich glaube, es ist krank. Ich bin aber auch einfach scheiße, Alter, das sind die Franzosen, Alter. Krieg ich ja Skotsen, Alter. Vielleicht Sprung, und rechts halten, nach Kuppe vielleicht Sprung. Zwei Kuppen. Links 4, lang, macht zu, über Kuppe nicht schneiden. Macht auf, 130 Sektor, Kuppe. Alter, was ist denn das für eine Scheiß-Strecke? Das wird so scheiße, ich werde so krass Letzter. Auf, Kuppe vielleicht Sprung. Rechts 4, macht zu, bis 3, über Kuppe nicht schneiden. Ey, Mann. Ja. Weiß ich ganz ehrlich. Rechts 6, Kuppe, Welle 60. Äh. Ja, wow, Alter. Was ist da los? Es ist ja so peinlich, einfach nur. Rechts 6, über 100, über Kreuzung. Boah, das können wir so krass vergessen, diese Runde. Neunter. Oh. Ey, wenn der sich jetzt... Der ist zum 2 Plätze gerutscht, der Bengel. Ey, den kann ich schon wieder nicht mehr einholen, ne? Ich hab mir einfach alles kaputt gemacht mit dieser einen Runde jetzt. Das meine ich halt. Es ist knallhart. Es bestraft euch knallhart. Ja. Naja, Position 4 ist auch nicht schlecht. Hoffen wir einfach mal, dass der Jotol einfach mal richtig am Abscheißen ist. So wie sich das gehört. Dann wird das auch wieder was. Gucken wir mal, ob das was wird. Geht ja gut los. Ja, nicht schneiden. Links 5, über Kuppel. Rechts 3, 40, Kuppel. Achtung, über Kuppel, vielleicht Spur. Rechts 4, halb lang, mach zu. Okay. Links 4. Mittig halten, über langen Kuppel. Links 4, 80, nicht schneiden, 60. So. Okay. Achtung, rechts 3, lang, mittig halten. Mach zu, über Kuppel, 60, lang. Kuppel, vielleicht Sprung. Okidoki. Links 6, 80, Kuppel. Rechts 6, über Kuppel, Wellen. Kuppel, 40, durchsenke. Links 3, über Kuppel, nicht schneiden. Rechts 3, macht auf langen. Links 6. Rechts abbiegen, 4, mach zu, bis 3, über Kuppel. Rechts abbiegen, 4, okay. Ist gar nicht so schlecht, was wir bis jetzt abliefern. Aber leider auch nicht positiv, diese Zeit. Es ist so krass, wenn man überlegt, man muss in allen vier Stationen grünen sein. Ja, um erster zu werden. Ist so krank. Einfach nur. Und das ist die niedrigste Meisterschaftsstufe. Das ist die Open. Das ist für Nubs, ja. Das ist für Lappen. Bis man erstmal in der obersten, in der Profi, in der Veteranenklasse, ich weiß gar gar nicht, wie das da oben heißt, dass man da erster wird, Alter. Aber wie viele Stunden man da in dieses Spiel investieren muss, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Es werden bestimmt einige sein. Aber so mittlerweile, muss ich sagen, macht es echt mal wieder Spaß. Also ich hatte zwischendrin einfach keinen Bock mehr auf das Spiel, weil sie es einfach wiederholt hat und so eintönig ist. Und weil es einfach viel zu lange dauert, bis man sich mal neue Autos kaufen kann. Und ich habe da die Befürchtung, dass es immer noch so ist, dass man einfach ewig braucht, um neue Autos freizuschalten. Weil man irgendwie 30.000 oder so bekommt, ja. Das ist einfach nix, ja. Ein Auto kostet bis zu 100.000, ja. Oder, nee, mehr. Die ganzen anderen Autos brauchen, kosten schon mal 300.000. Naja, aber egal. Wenn man dann ein Team aufgebaut hat, dann bekommt man auch irgendwie mehr oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Vor allen Dingen, weiß ich nicht, wie es in der Vollversion jetzt gelöst ist. Ich weiß auch noch nicht, in was für einer Qualität ich das rendern werde. Ähm, da war ich früher immer ein bisschen unentschlossen. Weil, wenn ich in der Cockpit-Perspektive bin, dann ist es okay, wenn ich in der guten Qualität rechte Ränder, weil, ähm, ja, das Bild, was sich verändert, nicht so krass viel ist. Das Cockpit ist immer gleich. Da muss kaum was, äh, müssen kaum Bits reingesteckt werden, damit das schön scharf ist. Wow. Habe ich da jetzt echt festgesteckt. Oh, wir haben eine Tür verloren. Das ist doch was. Aber hier verändert sich halt immer mit jedem Frame sauviel. Wenn ich so spiele. Und dann habe ich halt die Qualität runter gehabt, äh, ziemlich weit unten gehabt. Als ich noch in der Qualität gespielt habe. Aber seitdem ich in der Cockpit-Perspektive am meisten spiele, denke ich, äh, ist es okay, wenn ich das in einer sehr guten Qualität rendere, weil ich habe halt sehr, sehr schlechten Upload. Ich brauche wirklich ewig, bis ich irgendein scheiß Video geuploadet habe. Ich brauche was, weiß ich nicht, für 500 MB brauche ich, weiß ich nicht, über eine Stunde. Es ist peinlich, ne, fürs Jahr 2000... 2016, ja, bald, ne. Ähm, was ich auch so geil fand. Peter von Pizmied hat gesagt, boah, alter, wir Deutschen, wir haben 11 Megabits die Sekunde. Im Durchschnitt an Internet. Ist ja gar nicht so verkehrt. 11. Das sind 1,2 MB die Sekunde. Und das ist ziemlich schlecht. Äh, Megabits, nicht Megabytes. 11,6 Megabytes wäre nicht verkehrt, ne. Aber Megabits. Und Peter hat es halt einfach mal vercheckt. Ja. Und sagt so, oh, wie so schlecht ist unser Internet von uns doch gar nicht. Ne. Ist ja gar nicht so schlecht. Doch. Das sind nicht mal 2 MB die Sekunde. Hä, Moment. Oh. Huch. Doch, hab ich direkt das nächste angedrückt. Ähm, ich würd sagen, wir gehen aber einfach mal ganz kurz dann nochmal weiter. Weiter. Speichern und zurück zum Menü. So. Können wir dann später weitermachen. Ich明白. Müse. ano. Okay. troop. ino. ipsa. klein. coein. ino. Bis zum nächsten Mal.